Und herzlich willkommen zurück bei Goose Gox. Ja, wir sind hier in Kapitel 2 und versuchen jetzt den Boss. Und ich habe mir jetzt eine neue Taktik überlegt, und zwar zu sterben. Ganz gute Taktik. Nein, und zwar werde ich jetzt mal... Warum springst du nicht mehr? So, jetzt. Und zwar werde ich jetzt mal den Standard-Gock benutzen. Weil ich vermute, dass ich dann da oben besser durchkomme. Aber hier unten wird es schwieriger. Die sind so sau schnell. Au. Das sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Puh. Okay. Weil jetzt kann ich hier besser steuern. Das sieht doch sehr gut aus. Oh, erst mal runterkommen. Erst runterkommen. Ich habe auch nicht mehr so lange Zeit. Zehn Sekunden. Schade. Aber so müsste das funktionieren. Ich muss das nur hier unten schneller schaffen. Okay. Ah, Gott. Okay, ein bisschen früher loslassen, die Buchstaben. Und, und... Nee, erst... Erst nur die zwei da holen. Ja, einer noch. Okay. Das sieht gut aus. Ja, 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 ja. Runterkommen, runterkommen, runterkommen. Oh, Gott, sieben Sekunden. Komm. Ja, 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 eine Sekunde. Eine einzige Sekunde. Heiliger Peniscreeper. Meine Herren. Oh. Boah. Das war knapp. Das war scheiße. Knapp war das. Okay, wir sind in Kapitel 3. Okay. Im Hintergrund sehe ich schon so Bomben. Äh, Stachel. Okay. Abendsrot. Oh, Mann. Boah, Glück gehabt jetzt. Habe ich... Also, manchmal muss man dann wirklich verschiedene Gox ausprobieren. Ja, einhändisch geht's nicht. Achso, das ist... Oh, Mann. Das ist wieder ein Zeit-Level. Oh, ich bin ja super. Machen wir nochmal neu. Also, das muss irgendwie... ...besser gekennzeichnet sein. Dann achtet doch keiner drauf, dass... ...auf die Musik klappt. Guck dir doch. Nee. Oh. Okay. Jo. Jo. Oh, jetzt hätte ich jetzt wegen dem Flummi jetzt wieder nicht gesprungen. Ah. Hm. So. Skate hat mir nämlich vorhin verraten... ...ähm... ...dass ich an dem vierten Boss auch noch schön zu knabbern haben werde. Ich bin mal gespannt. Und... ...ah. So. Bei dem habe ich mir nämlich die Idee geklaut, mit dem, äh... ...den normalen Gox benutzen. Statt meinen... ...Els-Gock. Ja, ja, ja. Den Fels-Gock. Super. Ah. Aber... Oh, ich... ...ich dachte jetzt für einen Moment, ich hätte es neu gestartet. Äh... ...den Standard-Gock und das ist ins Schwarze getroffen. Ausrufezeichen. Okay. Wow. Boah, das ist mies. Das ist mies und fies. Wie, wie er das jetzt sagen würde? So. Boah. Ähm. Ah. 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 E. Ah. Das ist schon gemein. Ja, ja, ja. So. Wir springen. Erholen. Laufen. Bewinnen. Zunge rein. Und schnell umgucken. Okay. Ich muss nach da... Jetzt mach ich... Oh. Erstmal den platt. Erholen. Ich brauch'n Checkpoint-Gock. Ich will einen. Aber ist schon das Ziel. Ich will doch keinen. Und 90 von 45... Und einen neuen Gock. Wir haben einen neuen Gock. Einen Gock. Gok. Gok. Und zwar ist das der... Da oben. Er ist Aero-Gock, vermute ich mal. Kann hoch springen. Wirkt sehr elastisch. Na, mal gucken. Aufsteiger. Ohne Ausrufezeichen. Ach du je. Äh. Hier siehst du den Aero-Gock. Oh ja, der springt super. Mit ihm kannst du auf hohe Stufen springen. Hey, der ist ja lustig. So. Äh. Noch was? Nein. Pass auf. Der Aero-Gock kommt leicht ins Hüpfen. Anders merke ich. Allerdings nur bergab. Ah. Kurz anders hinsetzen. Höh! Boah, Glück. Äh, können meine ich. Können. Mit ein wenig Gefühl lässt sich der Aero-Gock sehr präzise steuern. Ja, das stimmt. Allerdings. Der ist sehr schön steuerbar. Ach, und schon Ende. Guck dir das an. Das war nix gewesen. Nix. Gar nix. Gut. Eiskristall. Hört sich weiß an, ja. Das war bestimmt blöd. War ja. Dieser Schimmel, finde ich. Oh. Muss ich da halb in den Gegner rein, oder was? Tatsächlich. Oh. Pfff. 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 Okay, ist platt. Der ist... Ach, du Scheiße. Da ist ein Checkpoint-Gock. Wie ich gerade sehen durfte. Ja. Okay, den Checkpoint-Gock hatten wir, glaube ich, als erstes. Das könnte ein Problem werden. Hä, hä, oh, hä. Pfff. Reg dich ab. Reg dich ab. Geht doch. Okay. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr schwer aus. Nee, das war scheiße. Da... Uah! Dieser Checkpoint war scheiße. Gesetzt. Wie soll ich denn da... kann ich nur sofort, äh... springen? Springen. Ach, nee. Mann. Das ist fies. Das ist... mega fies. Das ist... mega fies. Das ist 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 fies. Ah, nee, ach komm, Mann, oh Mann, gut, dass hier nicht die Tode aufgelistet werden, da. Ich muss aufpassen, Mann. So. Und springen. Gewinnen. Da hoffentlich auch gleich mal. So. So, das sieht gut aus. Die kriegen wir so. Wunderbar. Und, äh, ja, der ist wieder. Oh, Mann. Oh, Mann. Perfekt. Nicht so ganz perfekt. Der war perfekt. So, den kriegen wir auch, ja. Und den auch, bitte. Wunderbar. Und euch auch mit einem. Ja. Ja. Ja, ich dachte, ich würde den noch vielleicht so kriegen, aber nein. Wo bin ich denn da reingefallen? Oh, was? Wo bin ich denn da reingefallen? Ey, das war aber, glaube ich, ein Bug, oder? Oder ist hier was? Nee, ich glaube nicht, dass da was ist. Ich glaube nicht, dass da was ist. Das ist ja nach dem Bug auch. Hä? Was ist das denn? Hä? Verstehe ich nicht. Ich sterbe auch immer sofort, wenn ich dann da nach unten falle. Oh, ganz knapp. Oh, Mann. Jetzt kriege ich das nicht mehr hin. So. Jetzt aber bitte. Okay. So. Jetzt bin ich rein.